Sind wir jetzt der Boogeyman, meine lieben Freunde? Noch nicht ganz, uns fehlt noch eine dicke Mojo-Bombe, um dies zu sein. Willkommen zurück zu Sly 2 Band of Thieves. Im letzten Part haben wir Constable Nila ein bisschen Angst eingejagt mit dicken Geistern. Und jetzt wollen wir noch mehr Angst verbreiten mit einer Mojo-Bombe, die Bentley bauen muss. Und den Gefängniswetter müssen wir noch einfangen mit Murray. Ich denke mal, ich mache zuerst die Aufgabe mit Bentley. Okay, dem Guten. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier alle Flaschen. Ja, aber noch nicht den Safe gefunden, nicht wahr? Oh eh. Verdammt, schieß nicht auf mich. Ich bin nur eine kleine Schildkröte, meine Güte. Nee. Oh hi. Hehehe. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Ah, da geht's lang, okay. Hm? Hier geht's lang. Ach, du weißt den Code natürlich. Natürlich. Ich meine, du bist Bentley. Ja, sie hat einen Kollektor für Böses Mojo, um den Überschuss zu transportieren. Hm? Ein halbmagisches Gerät, das Böses Mojo aufsaugt. Ich brauche es, um einzusammeln, was aus den Schnauzen läuft. Wow, klingt einfach. Nicht wirklich. Böses Mojo ist eine starke dunkle Macht. Wirst du getroffen, während du den Kollektor trägst, bist du erledigt. Wow, klingt kompliziert. Ja, es stellt eine interessante taktische Herausforderung dar. Vielleicht kann ich die Todesfallen in diesen Krypten gegen Feinde einsetzen, die verhindern wollen, dass ich Ektoplasma sammle. Hm? Das klappt nie. Ich würde den Schalter benutzen, um die Wachen zu erledigen, bevor sie in meine Nähe kämen. Genau. Sobald alle vier Zylinder des Sammelgerätes voll sind, müssten wir genug schwarze Magie haben, um den Psycho-Quirl zu zerstören. Okay. Hier kann ich mich verstecken und da kommen wohl Gegner raus, ne? Okay. Äh, Kamera? Haha. Äh. Was zur Hölle muss ich machen? Oh, Kreis drücken, okay. Ich hab's verstanden. Fristinia! Das tut weh. Ja, Mann. Fristinia! Bam! Bam! Oh, verdammt. Bam! Oh, bam! Alter, die armen Hunde. Achtung! Voll zerstört. Kabam! Babu! Und tschüss, Mann! Und der ist für dich! Ja, genau. Und tschüss, Mann! Bam! Und tschüss, Mann! Gleich sind wir fertig. Yeah! Sieht aus, als wäre hier kein böses Mojo mehr drin. Kein Problem. Mein Tank ist ungefähr zu einem Viertel voll. Ersten Viertel. Ich kann deinen Computer nicht richtig bedienen. Aber auf dem Sichtkommunikator müsste eine neue Krypta sein. Äh, der ist eine neue Krypta hier. Ich muss vier Stück besuchen? Äh. Das ist ja eine lange Aufgabe. Da hinten. Nee. Voll der Grabschänder hier, ey. Äh. 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 Wie keine Schildkröte vor dir. Nicht. Was machst du denn da? Oh, fuck. Fuck this shit, I'm out. Äh. Äh. Wo ist die Krypta? Ah, da hinten. Äh. Äh. Diese. Der Bändle, ey. Wie komm ich da hoch? Ach komm. Verpess dich. Äh. Äh. Tschüss, Mann. Ich muss doch hier irgendwo mit einer Sprungplatte oder so hochkommen. Äh. Hm. Oh, die letzte Münze hab ich nicht bekommen. Da oben ist es. Wie komm ich dorthin? Irgendwie? Muss ich doch hochkommen. Hier gibt's doch sicherlich sowas wie Sprungplatten. Meine Güte. Er kann ja nirgendwo anders hochklettern. Er ist ne Schildkröte. Oh, scheiße. Oh, du, du. Verdammt. God damn it. Ach, sag nicht, ich musste hier die ganze Zeit hoch. Äh. Naja, dann ist es vielleicht ganz praktisch. Ich kann zwar nirgendwo nicht sehen, aber... Ich geh einfach mal hier lang, ne? Ah, da. Okay. Tuck, 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 tuck. Na, das wär ja viel simpler gewesen. Äh. Natürlich. Da muss ich voll hoch lehnen. Ih, Spinn. Oh nein, komm hier, Spinn. Oh, es geht gleich weiter. Oh, fuck, ja, toll. Mathe ist König. Mathe? Oh. Ja, woher soll ich denn wissen, was was hier ist? Meine Güte. Äh, äh, äh. Warum geht... Du stell dich endlich zu voll. Aha. Äh. Uah. Ja, verdammt. Ah. Ah, Mann, das waren zu viele jetzt. Weil ich wusste gar nicht, was was aktiviert. Okay. Ich wusste gar nicht, was was ist hier. Fangen wir also nochmal an. Und dich haben wir. Und dich haben wir. So, du willst hier wieder durch. So. Und dich. Und dich. Und dich. Verdammt. Erwischt. 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 Bis jetzt läuft's. Äh. Aha. Da muss man sich echt konzentrieren, Mann. Konzentration. Okay, langsam hab ich's Pattern raus. Was? So. Ja, ich sag's dir. Ja, okay. Wenn man einmal die Reihenfolge raus hat, dann ist es drin. Ja, ich sag's dir. Und zack. Mann, kann sich das nicht schneller aufladen? Zu schade. Ach, Quatsch. Da ist nix zu schade. Bam. Bam. Ja, komm. So. Gib her. Exzellent. Eine weitere Kammer in meinem Mojo-Kollektor ist voll. Jetzt gehe ich in die dritte Krypta. Ja, hoffentlich wird die leichter. Als ob dem so wäre. Auf deinem Sicht-Kommunikator müsste ein neuer Wegpunkt sein. Ist dem so? Ich seh nichts. Oh, da hinten. Okay. Hallöchen, mein Geier. Geier-Sturzflug. Die ist da unten, hm? Klingt gut. Boing. Oh, fuck. Ah. Oh, die ist da ganz unten. Na toll. Oh, Geronimo. Und rein. Nice, nice. Oh, je. Das wird wehtun. Okay, hier hast du mehr Bewegungsfreiheit. Oh. Die pennen dann alle ein, okay. So. Einmal schön um alle gekümmert. Ja, willst du kommen, willst du kommen, willst du kommen? Das tut weh. Ja, glaub ich auch. Babat. Okay, die ist aber wirklich leichter. Find ich jetzt. Weil du kannst ja auch vor den Gegnern abhauen, quasi. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Scheiße. Ja, so viel zu dir ist viel leichter. Ich warte mal, bis schön viele hier sind. Hier, den aktiviere ich mal. Touché. Wieso Touché? Das sagt man doch nur, wenn der Gegner einen guten Konter gelandet hat. Oh, wow. Ah, puh. Und dich, und dich, und dich. Woohoohoohoohoohoo. Yeah. Ich sag's dir, Mann. Woohoohoo. Putzi, putzi, dutzi. Wow. Das war Mighty Knapp hier. Und wieder am Einpennen. Was heißt hier Achtung? Nix hier Achtung. Hier gibt's keine Achtung. Alle verduselt hier. Bam. Na, 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 na. Bam. Schmerzhaft, indeed. Und... Warum wird Bentley eigentlich davon nicht betroffen? Ist die Frage. Wow. Wow. Wie, der hat mich getroffen. Der hat mich gar nicht getroffen. So ein Wichser. Ich war doch fast fertig. Das packe ich jetzt in den Speed-Up. Der König der Athelian. Ja, das bist du garantiert nicht. Wow. Und tschüss. Ja, ich sag's dir. Was hier nicht so ausmachen? Wow. Und... Bam, alle weg. Das wird nicht tun. Das tut's jetzt schon. Hat der denn gerade mit dem Kackenstein nach mir geworfen, oder was? Ja, ich glaub auch. Voll in den Bauch gehauen. Stellt dich noch zurück. So. Läuft ja bis jetzt. Verpufft. Mathe ist König. Ich weiß nicht, was das mit Mathe zu tun hat, aber... Okay. Okay, ich glaub, ich hab's geschafft. So. Für diesen Raum ist es genug. Anscheinend muss ich nur noch in eine Krypta. Anstreng dich an. So langsam macht es richtig Spaß. Ich habe dir einen weiteren Wegpunkt geschickt. Aber er ist sozusagen begraben in einem Brunnen. Naja, du wirst schon sehen. Okay. Danke für den Hinweis, Murray. Oh, okay. Hier wäre ich durch den Brunnen gefallen. Okay. Alles gleich. Ich hab den Insider verstanden. Ich bin da. Die letzte. Äh. Das tut wirklich weh. Okay. Man muss es immer richtig angehen, ne? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Immer noch nicht verfügbar. Zu schade. Hilfe. Wah. Oh. Ja, vor wegen hier. Touché. Eher so ein Bläh. Okay. 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 Nimm das. Mann. Das wird ja immer verrückter. Oh Gott. Mann. Die werden ja immer hier immer schlimmer. Okay. Ich hab's geschafft. Okay. Es ist getan. Mit einem vollgeladenen Mojo-Collector müsste ich Clockwerk's Augen von dem Psycho-Quirl sprengen können. Das wird ein Riesenspaß. Oh yeah. Ist doch voll geil, Mann. Cool, cool. Fehlt ja nur noch die Aufgabe von Murray und der Part ist schon wieder zu Ende. Was für ne Gülle immer, ey. Ich muss hier wieder hoch. Ne. Ne. Ich muss nach da hinten wieder. So. Ich hab übrigens mir gedacht, warum manche Panzer blaue Lichter und manche rote Lichter haben. Ganz klar. Die blauen gehören zu Constable Nila und die roten gehören zur Comtesse. Oder um ist ein Schatz. Da kommt er aber leider nicht dran. Bäh. Der ist so bescheuert. Ich will wieder zu Hause. Ah. Hier ist es sicher. Hier haben wir gar nichts mehr, hä? Also nichts Interessantes zumindest. Nö. Na den. Tja, ich würde mal sagen, dann beende ich jetzt den Part und im nächsten Part. Machen wir dann die letzte Aufgabe mit Murray und mal gucken, was wir dann hier so wieder für große Pläne schmieden werden. Mensch, Mensch, Mensch. Wer wird den Krieg gewinnen? Nila, Comtesse oder vielleicht doch sogar wir. Wer weiß das schon. Bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Tschüsselichen. Tschüsselchen. Tschüsselichen. Tschüsselichen. Vielen Dank.